Ich bin ein Killer-Clown, weil ich weiß, dass die meisten Angst vor einen Clown haben. Okay, hier, 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 hier. Aber bitte nicht meine Elytra, die ist ganz neu. Bitte, hier, mehr habe ich nicht. Leute, was war da mit Samy los gewesen? Du willst nicht spielen? Du willst nicht spielen? Nein, bitte. Ich habe so lange an dem Haus gearbeitet, bitte. Es war wirklich nur ein Prank, Mann. Ich bin von den Prank-Bros. Jetzt präken wir dich. Mann, Leute, ich hätte mich niemals als Killer-Clown ausgehen sollen. Jetzt denkt ihr noch, ich bin Stani. Aber das ist nicht Stani, sondern ich bin ein Killer-Clown. Leute, wir haben uns heute als Clown versteckt. Und ihr seht auch schon, wir haben OP-Fähigkeiten. Nämlich, ich habe mir extra für die Aufnahme vom Admin OP geben lassen, dass ich quasi unsterblich bin und niemand mich besiegen kann. Ich kann sogar fliegen, einfach so, ohne die Elytra zu benutzen. Das ist so OP, Leute. Das ist wirklich zu krank. Niemand kann etwas gegen mich ausrichten. Und wir werden heute die YouTuber auf der YouTuber-Insel als Clown pranken. Weil ich weiß, dass die meisten Angst vor einem Clown haben. Und da werden wir heute herausfinden, wie die reagieren, wenn hier so ein komischer Clown vorbeigeflogen kommt. Und zusätzlich werde ich noch meine Stimme verstellen und werde so reden. Hallo YouTuber! Stani ist... Und als erstes würde ich mal sagen, wir werden zu unserer Area 52 gehen. Da ist gerade nämlich der gute alte Savile am Ausbauen. Und ich glaube, Snoopy war auch da gewesen. Und das werden meine ersten Killer-Clown-Opfer sein. Ich bin so gespannt, wie die darauf reagieren werden. Weil, guck mal hier, ich fliege hier einfach rum, Bro. Die müssen sich auch denken, was geht denn jetzt ab? Ich werde mal direkt hier auch ein Schwert in die Hand nehmen, dass die wissen, was abgeht. Darf ich die nehmen? Ja, passt. Ich habe es aus dem... Wer will ein Spiel spielen? Snoopy, geht dein Mikrofon irgendwie falsch? Snoopy? Nein. Bist du das? Hallo? Snoopy, ich bin's. Ich will ein Spiel spielen. Was willst du für ein Spiel mit uns spielen? Ich will spielen, wer mir mehr Diamanten zahlt. Bro, wer ist das, Snoopy? Keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen oder gehört. Ihr braucht keine Angst vor mir haben. Ich komme jetzt zu euch. Bleib da, wo du bist, du kommst nirgends hin. Hallo? Ey. Hä? Wer ist das? Hallo? Wer bist du? Hallo? Alter. Bro, was willst du von uns? Lass uns in Ruhe. Ich will nur die Base fertig bauen, bitte. Nein. Ihr verlasst die Base. Das ist die Base der Killer Clowns. Was? Das ist nicht. Das ist die Area 52, Alter. Hallo? Stani, was ist das, Junge? Geh weg zu Trophie Stani. Wo ist er? Stani, kann dir nicht helfen? Natürlich, ich hol jetzt Stani. Ich rufe Stani. Hey, hau ab. Bitte, hau ab. So. Ihr verlasst jetzt die Base oder ich werde euch ausschalten. Ey, Snoopy, wir müssen weg. Ich bin nicht stark. Seville, das können wir nicht... Rennen, drehen. Stoppieren. 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 Ja, meine Base. Oh mein Gott. Die haben ja übelst Angst. Hätte ich ja niemals gedacht. Aber der Clown sieht schon echt gruselig aus. So, ich muss mal gucken, wo die gerade sind. Und die können ja nicht mal was anderes... Guck mal, ich kann die einfach hinterherfliegen, Leute. Ich kann einfach so hinterherfliegen. Was macht der? Was macht der? Ey, 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 ey. Was willst du von uns? Seville, ihr habt die Wut der Clowns auf euch gelenkt. Warum auf einmal? Ich bin der Handführer. Und warum kannst du fliegen? Weil ich den Server übernommen habe. Seville, Seville, drück deine ganze Rüstung raus. Bitte, ich hab nur die Rüstung. Bitte lass mich in Frieden. Gib mir die Rüstung oder du wirst den Zorn der Clowns spüren. Okay, 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 hier, 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 hier. Aber bitte nicht meine Elytra, die ist ganz neu. Bitte, hier, mehr hab ich nicht. So, komm hier, Seville. Komm mal zu mir, nimm deine Rüstung. Ja, okay. Schalte Snoopy aus. Schalte Snoopy aus. Und wenn nicht? Wenn nicht, werde ich dir alles in die Luft jagen. Zeig mal, ob du überhaupt TNT hast. Ich vertraue dir nicht. Ich glaube dir nicht, dass du so stark bist. Ob ich TNT habe? Okay, okay, okay. Es tut mir leid. Nein, bitte nicht meine Elytra, nein. Spitz, du. Ich hab doch in der Stunde gebraucht. Nein, bitte. Okay, ich mach's. Ich mach's. Sehr gut. Lass mir aber nichts anmerken. Okay, okay. Einfach Snoopy töten. So sieht's aus. Okay, okay. Ich erledige es sofort. Ich seh kurz meine Rüstung an. Ey, Mann. Okay, Leute, wir gehen zu Snoopy. Wo ist er denn? Okay, einen Moment. Ey, Leute, Mann. Der ist doch völlig kaputt. Snoopy. Snoopy. Seve, lauf. Seve. Snoopy, Snoopy. Snoopy, hör mir zu. Hast du viele Items im Inventar? Oh, der ist hier. Hallo, Clown. Nein, nicht wirklich. Okay, ey, Snoopy. Guck mal. Das Ding ist... Das Ding ist Snoopy. Ich muss dich leider töten. Oh, Seve. Ich hab's gemacht. Seve. Seve. Du bist wirklich ein sehr guter Arbeiter. Bald wirst du weitere Instruktionen bekommen. Bro, ich gehör zu Area 52 und zu iCrimax, Digga. Und zu Stani. Ich kann hier nichts noch was anderes machen. Dann kann dir Hilfe vor uns. Wir sind viele. Leute, was war da mit Seve los gewesen? Ey, warte mal. Ich will mal wissen, ob er mir noch Diamanten gibt, Leute. Er muss uns noch Diamanten erstmal geben. Fünf Diamanten Schutzgeld. Und dann werden wir zu den anderen YouTubern gehen und werden auch Diamanten von denen fordern. Ey, das ist ein guter Plan. Wir werden richtig diamantreich. Also, ich löse das natürlich gleich zum Ende auf, weil ich will natürlich nicht mit OP-Fähigkeiten mich hier bereichern. Ach, Seve. Also, ey, was willst du denn? Lass mich doch jetzt bitte. Bitte. Fünf Diamanten von dir kriege ich noch. Warum denn? Ich hab deinen Auftrag erfüllt. Lass mich jetzt... Zünf Diamanten! Ich bin wirklich tot, bitte. Oh, meine ganzen Items sind weg. Ey! Ey, meine ganzen Items, bitte gib sie mir. Deine Items sind hier. Oh, eine Frage, lieber Clown. Ja. Als ich noch so in meinem Chat gerade nämlich stand, Seve wurde während des Kampfes mit Stunny OG gerüstet. Ja, ich bin Stunny. Ja, ich bin Stunny. Oh, warum machst du es so? Ich bin Stunny, weißt du? Bist du wirklich Stunny? Natürlich. Danke für deine Items. Okay, Leute, ich hab's nur runtergespielt, als würde der eventuell denken, dass ich gar nicht Stunny bin, Leute. Oh, mein Gott, ey, das könnte echt nach hinten losgehen. Aber ich werde nachher zu Savile hingehen und werde sagen, ja, ich hatte doch gar keinen Plan, was abging. Hä? Ich weiß gar nicht, was los ist. Mal gucken, wie die tapferen Himmelskrieger auf mich reagieren werden. Ob die auch noch so mutig sind, wenn hier die Clowns unterwegs sind. Ja, ja, eine schöne Base haben sie ja hier. Aber, bro, mit so einem Clown sollte auf jeden Fall nicht zu spaßen sein. Guck mal, da steht herum, Leute. Guck mal, da steht, glaube ich, Amir. Das ist survive. Oh, ich treffe nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Hä? Woher ist gerade irgendwer? Der Dick. Hey! Hallo, Amir! Wow, 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 wow. Amir! Wo bist du? Wer bist du? Wollen wir ein Spiel spielen? Komm raus, ich bekämpfe dich. Amir, du kannst mich nicht bekämpfen. Hey, von wo kommt die Stimme? Amir! Wer bist du? Was willst du? Ja. Ich bin hier. Ah! Oder ich bin hier. Hey, weg, 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 weg. Ja, friss das. Ich bin hier. Hallo! Wieso kannst du fliegen? Aua! Au! Amir! Ja, doch! Hä? Aua! Deine Pfeile werden immer wieder dich treffen. Hä? Nichts da, hier! Ja! Deine Pfeile machen wie nix aus, Amir. Dann fress mein Schwert! Ähm. Amir! Amir! Nimm doch bitte! Hey! Hey! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Hihihi! Okay, 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 okay! Lass uns ein Spiel spielen! Lass uns ein Spiel spielen! Lass uns ein Spiel spielen! Ah! Du willst doch spielen! Ja, 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 ja! Nichts lieber, als das mit dir zu spielen! Dann gehe jetzt zu Area 52! Okay, und dann? Und? Sag, du kommst von den Clowns und willst alles sprengen und verbreitest Angst und Schrecken! Aber ich mach doch sowas nicht! Du willst nicht spielen?! Du willst nicht spielen?! Du willst nicht spielen?! Nein! Bitte! Ich hab so lange an dem Haus gearbeitet! Bitte! Dann komm mit, Amir! Ja, okay! Wir sind stärker als die Himmelskrieger! Ja, aber ich will nicht denken, wenn wir das machen wollen! Komm mit! Hm. Hm. Fliegt zu Area 52! Okay, ich lieg los! Ey, Leute! Das ist so krank! Ich sag euch ehrlich! Einen Clown müsste ich immer haben! Und die Admin-Fähigkeit müsste ich auch immer haben! Ey, das wäre so krank, ne? Aber leider werden sie mir nach dem Video wieder abgenommen! Leute, wenn ihr noch mehr wollt, dass ich die YouTuber pranke! Ich werd natürlich nachher alles auflösen! Ich will dir natürlich keine Angst machen! Lasst ein Like jetzt da ein! Drei! Zwei! Eins! Liken! Und ein Abo natürlich nicht vergessen! Wir werden uns jetzt schnell zu Zewel teleportieren! Äh... Und dann mal gucken! Oh! Ich hab Zewel teleportiert! Hä? Was war denn jetzt los? Spinnst du? Bro, ich bin fast gestorben, Mann! Bitte lass mich doch jetzt! Ich hab Zewel teleportiert! Ich wollte gar nicht Zewel teleportieren! Och ne, Leute! Hä? Hä? Jaja! Ich hab schon da! Äh! 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 Ja, was los? Wohin fliegst du denn? Äh! Amir, komm, hier ist Seve. Direkt rein, unglaublich. Seve, ihr beide sollt zu Area 52 kommen. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Das bin ich, Amir. Ich werde euch erwarten bei Area 52. Okay. So, Leute, ich bin jetzt hier bei der Area 52, Leute. Wir können jetzt hier schön warten auf die und dann werde ich mir noch schön was für die einfallen lassen, sage ich euch ganz ehrlich. Das wird richtig nice werden. Ich sage euch, ich glaube, ich müsste wirklich... Sollt ihr so eine geheime Clown-Organisation gründen? Das wäre zu krank. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn die kommen. Leute? Hä? Hä? Mein OP wurde mir gerade weggenommen. Nein! Bro, ich habe irgendwie kein OP mehr, Leute. Nicht, dass der Admin mir jetzt mein OP weggenommen hat, weil ich es zu übertrieben habe. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie noch cool einfach nicht eskalieren, Leute. Wir müssen das jetzt noch cool beenden, auch ohne OP. Nein, ey, nicht, dass ich Ärger kriege. Hä? Hä? Leute? Hä, was ist das? Hallo? Nein, 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 Leute. Ich glaube, ich habe richtig Mist gebaut. Ich denke mal, ich werde ein bisschen zu doll übertrieben haben. Ich werde die Leute zu doll geärgert haben, weil ich habe eigentlich gesagt, ich nehme nichts weg und so. Aber ich will jetzt auch keinen Ärger kriegen. Alter. Was macht der jetzt da oben? Was ist das? Bro, der sieht auch aus wie ein Clown. Ey, macht hier jetzt noch jemand eine Aufnahme, oder was? Als ob. Bro, das... Das kann doch... Ich bin bei euch. Ich habe OP. Glaubst du das? Ja, ich hatte OP. Du gibst dich als jemand aus, der du nicht bist. Du kannst vor mir nicht fliehen. Äh, das war... Ey, Bro, jetzt mal ohne Dings hier. Das war ein Prank. Das war ein Prank. Ich habe doch den Admin gefragt. Ja? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Den Admin? Ja, ich habe den Admin gefragt gehabt. Ich wollte so ein Video aufnehmen. Ey. Der Admin ist uns egal. Hä? Wir sind die Killer Clown. Hä? Ich dachte euch, es gibt es hier gar nicht... Und du hast unseren Namen beschmutzt. Hä? Ich dachte euch, es gibt es hier gar nicht in meinem Krupp. Hä? Es gibt es überall, aber wir haben uns zurückgezogen. Aber jetzt wollen wir Ärger machen? Nein, 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 nein. Das war nur ein Prank. Just a prank. Hä? Das ist noch einer. Hä? 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 Wie viel seid ihr denn? Hä? Du kommst jetzt mit uns. Hä? Der hat ja nicht mal OP, der da... Hä? Ist das ein Gehilf oder was von dir? Der hat alles, was ich habe. Äh? Wieso soll ich mitkommen? Du bist dafür gerade stehen. Ey, Mann, das war nur ein Prank, Mann. Soll ich deine Garage hochjagen? Nein, 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 nein. Ey, oh nein, die habe ich doch erst gebaut. Äh? Die habe ich doch erst gebaut. Kommst du mit oder muss ich erst sprengen? Bro, du willst eh nichts sprengen, Alter. Der Admin wird dich direkt... Oh Gott, Leute, ich glaube, die sind nicht für Späße offen. Weißt du was? Als nächstes ist dein... Nein, ey, 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 ey. Ich komm mit, wo soll ich hinkommen? Wo soll ich hinkommen? Ey, 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 ey. Komm mit. Folge uns. Ja, 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 ich folge dir, ich folge dir. Oh. Ey, es tut mir wirklich leid. Guck mal, ich werde jetzt den Skin ändern und werde dein, äh, Dings... Hä, der hat auch OP, der andere Leute. Wie kann das das denn? Äh, ich werde den Skin ändern, ja? Hä, was ist denn hier? Stell dich hin. Aua. Wo bringt die mich hin? Wir werden dir ein kleines Zuhause für heute machen. Nein. Los rein mit dir. Keine Sorge, es wird nicht dunkel. Es wird nie dunkel. Aber was soll ich jetzt hier? Ey. Wir gehen wieder hoch, anderer Killer-Clown. Wir werden ihn erst mal hier 24 Stunden lassen. Damit er mal checkt, ob er sich mit uns anlegen kann oder nicht. Ey, guck mal, das war wirklich nur ein Prank. Ich höre doch auf damit. Ja. So alles mit Obsidian umranken. Wieso? Ey. Genau so werden wir jetzt 24 Stunden verbringen. Ey, ey, kann ich das nicht irgendwie rückgängig machen, bitte? Nein. Ey. Es war wirklich nur ein Prank, Mann. Ich bin vor die Prank-Bros. Jetzt prank ich dir dich. Mann, Leute. Ich hätte mich niemals als Killer-Clown ausgeben sollen. Mann, wie soll ich jetzt hier nur rauskommen? Ey, das war doch nur ein Spaß. Alter, dass ihr nicht mal Spaß versteht, verstehe ich nicht, Leute. Ey, jetzt haben die alles mit Obsidian vollgebaut. Und wir wurden hier gefangen. Leute, ihr müsst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen, dass wir hier wieder rauskommen. Ansonsten werde ich hier wahrscheinlich nur noch drinnen verbringen. Nein, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Es tut mir leid. Ich werde mich hier einfach rausbauen. Ich sage euch ehrlich, sobald sie weg sind, ich werde mich rausbauen. Oh mein Gott. Hilfe!